Große Krieger der Vergangenheit, ich heiße euch willkommen. Dieser Samurai hat seine Bestimmung verfehlt und akzeptiert nun sein Los. Aufhören! Das geht dich nichts an. Es gibt keine Hoffnung mehr. Doch. Die Hoffnung lebt. Sie ist überall. Ich habe es gesehen. Alle, die du berührt hast. Die Menschen, denen du geholfen hast. Du hast sie gerettet. Genug! Hoffnung ist nur ein flüchtiges Gefühl. Dein Versagen ist echt. Du musst dich den Folgen deines Handelns stellen. Oder du wirst mit deiner Schande bis in alle Ewigkeit leben müssen. Jack! Hör nicht auf ihn. Er führt dich in die Irre. Ich habe es gesehen. Du hast unzählige, unschuldige Leben gerettet. Und vor allem... Hast du mir die Wahrheit gezeigt. Du hast mich sehen lassen, dass so viel mehr in mir steckt, als ich je gedacht hätte. Du hast mich zu viel mehr gemacht, als ich war. Die Hoffnung, die du mir gegeben hast, hat mir das Leben gerettet. Der Tod ist ein ständiger Begleiter. Männer, Frauen, Kinder. Ja. Ja. All diese Kinder sind tot. Deinetwegen! Nein! Die Kinder! Sie sind am Leben! Du hast sie gerettet! Kein Wort mehr! Kein Wort mehr! Kein Wort mehr! Kein Wort mehr! Untertitelung des ZDF, 2020